Die Kaisen sind einfach die Besten. 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 Berlin, Leipzig, Dresden, Frankfurt am Main. Aber nichts mit Köln. Vielen Dank. Gut vorausgesehen, gut gewechselt. Jupp, die nächste Radstätte falsch an. Jupp, die nächste Radstätte falsch an. Ich bin mal gespannt, was in die nächste Radstätte überhaupt kommt. Jupp, die nächste Radstätte falsch an. Du fährst schneller als 80. Das war mir so klar. Wo ist denn die nächste Radstätte? Oh, er ist ganz hinten. Okay. 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 Wie soll es dann nicht einfach auf der Rechte spielen geblieben? Was macht der denn da? Ja. Ohne zu blinken, einfach Spur wechseln. Jetzt reicht es mir. Tja. Ups. Ich habe gerade auf die Tastatur geschaut. Ja. Ja. Das war unnötig. Aber wiederum auch geil. Ich weiß, dass ich müde werde. Aber leider sehe ich keine Radstätte in der Nähe. Das war ein ganz cooles Radstätte. Es war eine lange, die Kälke. Und ich habe jetzt eine großartige Radstätte. Ich denke ich tante doch. Also ich weiß, ich mache mal komplett auf. Aber sorry, wenn der Kollege einfach uns blinkt und einfach die Spur wechselt oder mal auf die Schwierigkeit zu gehen. Das ist dann das Ergebnis. Hat mein Fahrzeug überhaupt nicht angekommen. Okay, ich muss theoretisch wirklich mal die Teile austauschen lassen. Leider verzögert haben wir unser Plan. Okay. 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 Jupp, die nächste Konta. Das war's. Das war's. Das geht mir doch schon auf den Tag, das Stütter. Diese Quietschen. Das geht mir doch schon. Anbremse, Notallgang. Motor aus und Ruhrpause. So, Motor an. Dann wollen wir mal. Das geht mir doch. Das war blöd mit der Kamera. Ich konnte jetzt gerade den Spaß sehen. Hm, du weißt. Vielleicht kann ich nur, bevor ich abliefere, mal genügend Zeit habe, mein Fazio auszutauschen lassen. Sprich, reparieren lassen. Ja. 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 Hm, wo ist eigentlich der Werkstatt gebaut? Oh, es ist gleich auf Tü, ja, wieso nicht? Fertig zum Schluss. Okay. 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 Vielen Dank, Marc. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier nach rechts ab. Hier nach rechts ab. Oh, wo kommt der denn her? Also typisch Totenwinkel. Ja, und wie soll ich denn da noch eher hier? Ich war schon durch gewesen, meine Güte. Das haben die echt blöde gemacht. Das war gut. Oh, nach links. Ich stelle mal schön den Anhänger an dich ab. Weg. Anbremse, Notallgang. Und lassen wir uns mal reparieren. Äh, nein. Das war der Weiche.